Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg in Soundlife. Heute ist der 14.06., ein Donnerstag. Und ja, ich bin auch groggy von gestern, von dem Spaziergang, die vier Stunden, die stecken mir noch in den Knochen. Aber es muss gehen. Ja, heute haben wir die WM-Eröffnung heute Nachmittag, heute Abend, so gegen 17 Uhr. Da werde ich vielleicht reinschauen und dann liegt heute noch Hausarbeit an, ein bisschen putzen und ja, vielleicht auch noch ein paar Beine an und Brokkoli einkaufen. In dieser Lektüre habe ich Ego von Schirmacher und Payback auch von Schirmacher. Zwei Bände, ich glaube ja, das war's, ne? Ja, als Anderes abgearbeitet und die Bände habe ich ja gestern die Bücher aus der Leihbücherei zurückgebracht. Ja, weiter ist, ähm, etwas kühler. Was habe ich in der Wohnung jetzt? 22 Grad. 22 Grad. 22 Grad habe ich in der Wohnung und, äh, naja, ich sag mal, ist das auszuhalten, eine gute Temperatur um zu arbeiten, zu lernen. Ja, ja, es liegt auch noch an Bewegung für heute, also ein bisschen Handeltraining, ein bisschen Ergometer, dann kleinen Spaziergang vielleicht auch nur zum Aldi oder zum Discounter. Ja, ich glaube, das war's jetzt im Moment. Mir fällt auch nichts mehr ein, ähm, deswegen mache ich mal Schluss und sage Tschüss Leute, macht's gut. Okay, jetzt wird wieder courtieren.